Was bedeutet Gerechtigkeit in einem sich verändernden Klima? Endlose Überschwemmungen auf den Straßen, von Jakarta bis Houston. Giftige Luftverschmutzung, die jedes Jahr Millionen von Menschen tötet. Tödliche Hitzewellen. Waldbrände auf Rekordniveau. Das Absterben von Korallenriffen und der Hoffnung von hunderten Millionen Menschen, die von ihnen abhängen. Das passiert mit einem Planeten, wenn er in den Händen von korrupten Regierungen und fossilen Brennstoffunternehmen ist. Der Klimawandel ist kein Problem der Zukunft. Die Krise ist jetzt. Mit jedem Jahr, das vergeht, werden die Probleme größer und größer. Was können wir also tun? Wie können wir eine gerechte Welt aufbauen? Ökologisch, wirtschaftlich und sozial. Das Wichtigste zuerst. Es ist an der Zeit, die Macht der Kohle-, Öl- und Gasindustrie zu beenden. Es gilt, den Geldhahn für neue fossile Brennstoffprojekte abzudrehen, damit sie gar nicht erst gebaut werden. Wir brauchen weitreichende Gesetze, um Kohle, Öl und Gas im Boden zu lassen. An ihrer Stelle brauchen wir neue Systeme. Wirtschaftssysteme, die auf erneuerbaren Energien basieren und unsere Emissionen massiv reduzieren. Aber die Veränderung, die wir brauchen, wird nicht von oben kommen. Sie kommt durch den Druck der sozialen Bewegung. Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir unsere Hoffnung in tatsächliche Veränderung verwandeln. Die Lösungen stecken in uns. In unseren Communities. Und diese Bewegung schließt uns alle ein. Über Klasse, Geschlecht, Biografie, Hautfarbe und Alter hinweg. 350 Punkt Ort ist der Funke, der die globale Klimabewegung entfacht. Gemeinsam werden wir Millionen mobilisieren, aktiv zu werden. Alte und junge Menschen. Gewerkschaften, Gruppen für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Marginalisierte Communities und Glaubensgemeinschaften. Universitäten und alle, die wissen, dass es Zeit für Veränderung ist. Wir werden uns global und lokal dafür einsetzen, die Ära der fossilen Brennstoffe zu beenden. Und wir werden die wachsende Klimagerechtigkeitsbewegung unterstützen, indem wir Ressourcen und Strategien teilen, um einen echten Wandel zu bewirken. Nur gemeinsam können wir uns gegen Macht und ihr wehren. Nur gemeinsam haben wir die Chance, eine gerechte, faire und lebenswerte Welt für uns alle zu schaffen. Mach mit!